Das absolute No-Go bei uns im Laden ist Lametta. Das wird überhaupt nicht mehr nachgefragt. Also ist wirklich out, mega out. Stattdessen nimmt man einfach Ketten oder andere schöne Schleifen im Baum als Dekoration. Das zweite, was mir persönlich auch überhaupt nicht gefällt, aber das wird gefragt, ist solch ein Teil. Das ist eine schöne Gewürzgurke. Und die hängt man sich auch in den Baum. Diesen Trend mag ich persönlich nicht so, aber das verkaufen wir halt auch. Woher kommt der Trend? Der Trend kommt aus Amerika und symbolisiert, dass derjenige, der diese Gurke zuerst im Baum entdeckt, darf das erste Geschenk auspacken.